Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen beehrte die Special Olympics Weltwinterspiele und besichtigte im Zuge dessen die Sportstätten in Ramsau am Dachstein. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht die Special Olympics Weltwinterspiele. Im Zuge dessen besichtigte er die Sportstätten und verfolgte die Langlaufveranstaltungen in Ramsau am Dachstein. Es ist eine feste Inklusion. Menschen mit einer gewissen Beeinträchtigung können hier teilhaben an einer Olympiade, was sonst nicht möglich ist. Und das ist für uns alle wichtig, glaube ich. Und gerade Schladming ist ja besonders geeignet, weil ja schon 1993 das erste olympische Fest dieser Art hier stattgefunden hat. Ich bin sehr stolz darauf, dass es zum zweiten Mal hier stattfindet. Wir sind stolz, dass Sie hier sind. Heute haben wir zwar nicht so ein super Wetter, aber die Region gefällt Ihnen. Ja, sicher. Ich kenne es schon ein bisschen. Und in den Bergen ist es so. Mal schneit es, mal regnet es, mal ist es schön. Da kann man nichts machen. Bürgermeister Ernst Fischbacher freute sich über den ehrenvollen Besuch. Es ist uns allen eine große Ehre. Als Vizepräsident von Special Olympics habe ich ihn ja persönlich begrüßen dürfen. Es ist für die Ramsau, es ist für die Sportler, es ist für Special Olympics eine sehr große Ehre und Wertschätzung, dass der Herr Bundespräsident uns persönlich mit seiner charmanten Gattin besucht. Hochrangige Politiker und Verantwortungsträger besuchen die Special Olympics Weltwinterspiele, um dem Gedanken der Inklusion mit ihrer Anwesenheit noch mehr Gewicht zu verleihen. Eine ganz spezielle Aufwertung.